Manfred Osman Korfmann war ein deutscher prähistorischer Archäologe. Er war Professor am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Tübingen. Seine Forschungsschwerpunkte lagen auf der Kupfer- und Bronzezeit in Anatolien sowie den Fernwaffenbogen und Schleuder. Große Bekanntheit erlangte er als Grabungsleiter an dem Ort, der seit Frank Heilwert und Heinrich Schlimmern als treuer bezeichnet wird und auch als Geburtsstätte der deutschen wissenschaftlichen Archäologie. Gilt Leben und Werk Korfmann begann nach dem Abitur 1961 zuerst eine Lehrerausbildung für Englisch und Geschichte. Als Schulassistent in Beitschala wurde sein Interesse für Archäologie durch Münzfunde geweckt. Daraufhin entschloss er sich zu einem Zweitstudium. Von 1962 bis 1970 studierte er Ur- und Frühgeschichtliche sowie Provinzialrömische Archäologie und Alte Geschichte an der Universität Frankfurt und der American University of Beirut. 1970 erfolgte seine Promotion in Frankfurt. 1971-72 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt beim Projekt Afrika-Kartenwerk der DFG. Danach arbeitete er von 1972 bis 1979 als wissenschaftlicher Referent am Deutschen Archäologischen Institut Abteilung Istanbul U.A. mit Ausgrabungen in dem Mietzschi-Hüjük. 1979 bis 1982 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DERI Berlin. 1980 habilitierte er sich und wurde Privatdozent an der Universität Frankfurt. Von 1982 bis zu seinem Tode war er Professor für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Universität Tübingen. Seit 1988 leitete Kaufmann die Ausgrabungen in Treuer. Während der Grabungskampagne wurden unter seiner Leitung insgesamt 13.240 Quadratmeter Boden von 370 Wissenschaftlern und ihren Helfern ausgegraben. Seit Heinrich Schliemanns Arbeit vor Ort ist Treuer in seiner kulturellen und historischen Bedeutung innerhalb der Forschung umstritten. Daher stand auch Kaufmann 2001-02 wegen seiner Interpretation der Ausgrabungsbefunde im Zentrum einer Debatte, welche die gesamte deutschsprachige Altertumswissenschaft erfasste. Erst 1993 hatte Kaufmann sich der Schliemannschen-Interpretation angeschlossen, wonach Homers Ilias im Kern tatsächlich Ereignisse beschreibe, die an diesem Ort stattgefunden hätten. 1994 nahm der Münchner Geophysiker Helmut Becker geomagnetische Messungen des Erdwiderstands vor und interpretierte das Ergebnis als Hinweis auf ein unerwartet großes Areal einer ausgedehnten Unterstadt unterhalb der Akropolis. Daraufhin zeigte sich Kaufmann überzeugt, dass Treuer sicher eine der größten Städte im weiten Umkreis gewesen sei und brachte die Stadt später in Zusammenhang mit der in hertetischen Quellen erwähnten Metropole Velosa. Diese sei identisch mit dem homerischen Ilion. Diese Deutung der Ergebnisse blieb besonders bei Althistorikern nicht unwidersprochen. Wortführer der Kritiker war der ebenfalls in Tübingen lehrende Professor Frank Kolb. Kernpunkt der Streits, bei dem Kaufmann bald auch Angriffen auf seine wissenschaftliche Redlichkeit ausgesetzt war, war die Frage nach der wirklichen Größe und Bedeutung des bronzezeitlichen Treuer. Daran schlossen sich methodische und wissenschaftstheoretische Fragen über das Verhältnis der Archäologie zur alten Geschichte an. Kaufmann versuchte vor allem auf der archäologisch-praktischen Ebene d.h. durch den Fortgang der Grabungen, seine Thesen zu untermauern, ein endgültiger Beweis gelang ihm selbst nicht. Er starb während der Kampagne 2005, die er noch konzipierte, aber nicht mehr selbst durchführen konnte. Bereits die Kampagne 2006 brachte nach Ansicht der Ausgräber die Bestätigung der Existenz des Befestigungsgrabens im Osten der Unterstadt mit Richtungswechsel nach Norden. Die Kontroverse um die Deutung der Grabungsbefunde und die Bedeutung des bronzezeitlichen Troja hält aber auch nach Kaufmanns Tod an. 1996 erreichte der Archäologe die Errichtung des historischen Nationalparks Troja und zwei Jahre später wurde Troja zum UNESCO-Weltkulturerbe deklariert. Außerdem regte Kaufmann dort ein Museum für bisher weltweit verstreute Troja-Funde an. Obgleich der türkische Staat ihm viele Hilfen einräumte, beklagte Kaufmann, Dass weder der Nationalpark ausreichend geschützt werde noch die Erbauung des angekündigten Troja-Museums begonnen wurde. Der fließend türkisch sprechende Wissenschaftler hatte 2003 aus Verbundenheit zur Türkei und ihrer Bevölkerung die türkische Staatsangehörigkeit und Den Zweitnamen Osman angenommen, Kaufmanns Interpretation seiner Grabungsbefunde wurde dabei von türkischen Politikern vielfach begrüßt und instrumentalisiert. 17 Jahre lang konnte er seine Grabungskampagnen in und um Troja durchführen. Es gelang ihm dadurch den politischen Mythos der antiken Stadt wieder neu aufleben zu lassen. Aufgrund seiner Initiative fand 2001-2002 in Stuttgart, Braunschweig und Bonn eine große und publizistisch vielbeachtete Troja-Ausstellung statt. Troja, Traum und Wirklichkeit Sie wurde von ca. 800.000 Menschen besucht und stellte den Ausgangspunkt der bereits erwähnten heftigen Forschungsdiskussion dar. Neben seinen Ausgrabungen in Troja wandte sich Kaufmann auch anderen Ausgrabungsstätten wie etwa im Kaukasus zu. Am 24. Februar 2007 wurde zu Ehren Manfred Osman-Kaufmanns seine der Universität Çanakkale überlassene Privatbibliothek von über 5000 Bänden eröffnet. Sie soll künftigen türkischen Treuerspezialisten zur Verfügung stehen und wird in einem eigens hierfür renovierten Haus untergebracht. Auszeichnungen und Mitgliedschaften 1979 korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts 1994 Max-Planck-Forschungspreis gemeinsam mit Charles Breinerose, University of Cincinnati 1996 auswärtiges Mitglied der Georgischen Akademie der Wissenschaften 1997 auswärtiges Ehrenmitglied des Archaeological Institute of America 1998 wirkliches Mitglied des Österreichischen Archäologischen Instituts 2002 erstes ausländisches Ehrenmitglied im Berufsverband der Archäologen der Türkei 2002 Ehrenpromotion Universität Çanakkale 2002 Verdienstmedaille der Staatlichen Universität Tüflis 2002 Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg 2005 Mitglied der Akademie der Wissenschaften der Republik Türkei Schriften Manfredo, Kaufmann, Treuer Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft Verlag Philipp von Zabbern, Mainz 2006, 420 S mit 82 Farb Beatles noting mehr Bad R poet 2017 Vielen Dank.